Oh, meine Herzallerliebste. Ich liebe Sie, Madame. Bleiben Sie stark. Hat sie der Schaum der Contest den Verstand verlieren lassen? Man kämpft nicht gegen den König von Frankreich. Dieser Mann wird doch wohl irgendeine Schwäche haben. Er liebt seine Frau. Mein Mann ist die einzige Person, die für mich zählt. Dann sollten Sie sich vorbereiten. Das ist ein langsames, aber sicheres Gift. Man muss sie beschützen. Sie ist in Sicherheit. Nein, sie ist in Gefahr. Wir sollten unverzüglich handeln. Der Moment ist gut geeignet. Geben Sie die Briefe zurück und Sie überleben. Das ist eine Falle, Contest. Du hast nichts zu befürchten. Von deinem Geheimnis wird niemand erfahren. Misstrauen Sie allen. Sogar denen, die Ihnen am nächsten erscheinen. Einfach allen. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Eliminieren Sie diese Frau. Es ist zu spät, Madame. Ich werde meinen Ehemann nicht im Stich lassen. Nein! Diese Frau ist bewundernswert. Es wird sie live. Die Frau ist mir fertig. Das représente ist die Frau. Es wird die Frau. Das ist ein Material. Vielen Dank.